ja hallo und herzlich willkommen zurück zu cyberbank ich habe mir gedacht wir machen folgendes genau wir machen folgendes ne ne hier die fliegen einfach mal zu mit pennen noch mal grad gucken was damit ist und dann gucken wir weiter gehen jetzt erstmal hier raus die schweren leute haben wir hier ausgemerzt es 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 Gehen wir mal hier raus. Wow, auch ein geiles Geschoss, oder? Sieht aus wie der Charger, ne damalige? Und, und, was schon sagt, ne? Ich habe mich selbst als Netz angeschlossen. Das ist immer random. So, noch da bei den Rücken kehren. So, noch da bei den Rücken. Hey! Hau ab zu! Ah, kein Punkt. So, fahren wir zu Pan Am und gucken mal. Ah! Was stimmt mit dieser Scheiße? Ah! Fahr zu Pennen, komm! Schauen wir mal, was da passiert. Wenn wir mal wieder drinnen. Gucken wir mal, ob da nicht noch was kommt. Wenn nichts mehr kommt, war es das die letzte Folge nicht? Wenn, 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 wenn. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn. Wenn, wenn. Nichts mehr. Das ist ja jetzt das geilste Woche. Ok, wir gucken einfach mal, was sie da gibt, vielleicht haben wir noch weitere Optionen, wenn nicht. Man versucht ja immer noch ein bisschen alles mitzunehmen, was so geht. Was ist das? 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 Schau, ich kriege einen Ärger. Ich laufe besser. Ach so. Die FF 50 News mit einer Eilmeldung. Das Drama um die von Anthony Harris, der auch als Peter Pan bekannt ist, entführten Teenager, hat ein glückliches Ende genommen. Dank eines anonymen Tipps erreicht ihr das Ende die Teenager noch rechtzeitig. Die Jugendlichen befinden sich in einem kritischen Aberstablenkampf. Das haben wir ja auch eben gekriegt. Wen haben wir denn da? Einen Freund guter Knarren. Oh ein Freund. Lass uns mal ein bisschen mit verkaufen hier. Leider brechen. Den. Den hier. 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 Du hast jetzt zu verkaufen. Maximal erreicht. Das ist ein Lichter. Das ist ein Lichter. Das ist ein Lichter. Das wäre ein Angriff. Das ist ja ein Admetter. Okay. Mal gucken, was wir noch machen können mit ihr. Schauen wir mal. Toll. Ja gut, dann haben wir dasselbe wie letztes Mal. Das machen wir jetzt nicht noch mal. Ich mach das noch mal, aber ihr nicht. Bis gleich. Äh, ja. Ich hab das jetzt mal so ein bisschen, ich hab das wieder durchgespielt, wie das letzte Mal, der ändert sich nichts. Das ist, ich kann nicht was anderes mit dir reden und das ist halt schade. Aber ja, ich find das irgendwie schade, wenn man nicht mal irgendwas da machen kann. Ja, noch eine andere Diskussion über das Ganze, was geschehen ist oder so. Wäre natürlich gut gewesen. Ähm, machen wir hier mal. Genau. Machen wir hier mal eine Mütze auf. Machen wir hier mal eine Maske. Ne, Masken brauchen wir nicht. Schöne Brille. Ja, eine coole Brille. Oberkörper. Ne, Unterend. So was hier. Ja, und dann hier was. So ein bisschen drüber steht. Das ist dann. Oh. Ne, gefällt mir nicht. Der soll was cooles anhaben. Was ist das denn für ein Schrott? Das ist Schrott. Was hier. Ja, eine coole Jacke. Jetzt krieg ich jetzt eine schöne Hose noch. Boah, ekelhaft. Mann mit Rock. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Die haben wir eigentlich schon. Das passt ein bisschen zu dem Outfit hier. Ein paar Schuhchen verpassen wir dem auch. Ja, ein ganz cooler. Genau, ausrüsten. Ganz cooler. Früher waren die noch, da hatten die noch, ja, Power und alles. So. Dann gehen wir mal hier rein. Ähm, öffnen das mal aus. Ähm, naja. Lager. Dann setzen wir die, haben wir ausgerüstet. Dann setzen wir den rein. Dann setzen wir den rein. Kann man nicht. Scharfschütze, Scharfschütze. Den tun wir rein. Den tun wir rein. Den tun wir rein. Den tun wir rein. So. Messer, haben wir das hier. Das hier. Ja. Schon ein bisschen voller sieht es aus. Wobei ja wirklich noch was fehlt, ne. Hier und hier und hier. Gut. Und ähm. Na ja. So was steht mal grad beenden. Warte mal gerade. Äh. Äh. Vielleicht treffen wir eins Tag aufeinander. Dann werden wir ja herausfinden, ob die Kopie es mit dem Original aufnehmen kann. Wie unten. Unterhaltsmit. Das doch wäre. Aguila. Ja. Er. Hahaha. Hahaha. Nuss. Miau. So viel scheiß Schnitten. Ich habe nur ein paar Titten. Zeit für ein Upgrade. Miau. So viel scheiß Schnitten. Und ich habe nur ein paar Titten. Zeit für Shopping. Danke an meine Lieblings. Lieblings. Hahaha. Lachen wir mal das Gebiet. Ja, es ist halt das Problem. Ich spüre es halt immer. Ich habe schon mich Theresa gucke. Oh mein. الف Haierικ. Also stomach ständen. Ja. Ich members slots. Du musst auch die Kinder oder? So viele, dievé sind schon richtig voisin. Oh cool. Hallo, hier sind die N54 News mit einer Eilmeldung. Das Drama-Rombie von Anthony Harris, der noch als Peter Pan bekannt ist, entführten Teenager zu ein glückliches Ende genommen. Dank eines anonymen Tipps erreichte das NCPD die Teenager noch rechtzeitig. Die Jugendlichen befinden sich in einem fetischen Arzt-Rombie. Harris hatte die 13. Abfallung gewohnt auf einem verlassenen Bauernhof festgehalten. Diese schreckliche Vorführung ist ein weiterer Kraselgebiet. Geil! Wir können ja nochmal... Momentchen... Angepasst... 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 Wo waren... Wo waren... Wo waren... Hier nochmal die... So... Triff dich mit Ember. Äh hier... Hier... Den hier könnte man machen zum Beispiel. Mitmenschen... Den je doch auch nicht mit dem Leben. In der ganzen Gauss... Er vapult im Innigen. Ja. Wie lange dauert sich die Hey, guck! Hey, guck! Hey, guck! Hey, guck! Was ist das? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier durch. Wie viele Autos? Die fahren wir doch schon. Die fahren wir doch schon mal. Schauen wir mal den hier. Halt nur das Muschel. Ach! Scheiße! Distance, ja. Heißt auch so. Auch so. Okay. Um einmal ist ein fremden Farmer. Okay, Leute! In die Wagen! Zeit ein paar Autos und Köpfe zu zerbeulen! Alle bereit? Kehre zum Ort zurück, der mich an mein Zuhause erinnert und du siehst, sieh nach was du dort findest. To me bist du das? Ich sag dir nur eins, es ist nicht zu Ende. Ich sag dir nur eins, es ist nicht zu Ende. Ich sag dir nur eins, es ist nicht zu Ende. Ich sag dir nur eins, es ist nicht zu Ende. Dann bin ich so lange Pyton. Aber ich sag dir nur eins, es ist nicht zu Ende, denn hier sind ein пunderschön. Das ist eine Angelegenheit. Ich bin dann nicht. Ich bin dann deutlich. Ich bin es in die Angelegenheit. Ich bin dann die Angelegenheit. Das war's. oh oh fuck ich hab das nicht gut Das war's. Fuck! So, let's go! So, let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020